Hallo Laura. Hallo. Na, öfters hier? Also zwei Wochen im Monat, ja. Berlin oder Sektor? Pachim. Vogue oder Bravo? Bravo. Wie lange dauert die durchschnittliche Schwangerschaft von Elefanten? Lass es fünf Jahre sein. Welche Eigenschaft von deinem Moderations- und Podcast-Kollegen Simon Dömer ist irgendwie komisch. Naja, ich sag mal so, wo soll ich anfangen und aufhören? Es ist ein komplexes Thema. Wie sieht dein perfektes Wochenende für dich aus? Sehr viel Essen. Simon in meiner Nähe, wie wir im Podcast aufnehmen und danach noch mehr essen. Wenn du eine Eissorte wärst, wonach würdest du dann schmecken? Schokozitrone. Du planst den Urlaub. Ob alles durchstrukturiert oder schauen wir mal, worauf wir Bock haben. Schauen wir, worauf wir Bock haben. Ich bin eine spontane Person einfach, weil ich cool drauf bin. Schon mal den Mund mit Seife ausgewaschen? Auf gar keinen Fall. Was ist eher zum Scheitern verurteilt? Ein Glühwein im Sommer oder ein Slash-Eis im Winter? Ein Slash-Eis im Winter. Du denkst an deine Kindheit. Welcher Geruch kommt dir zuerst in den Sinn? Sonnencreme, weil ich eine Sommerperson bin und immer so Sommer mit Kindheit verbinde und so. Sonnencreme. Never forget the protection. Immer schön eincreme. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn die Sonne nicht scheint. Kaninchen. Essen, streicheln oder beides? Streicheln. Welches Emoji ist dein absoluter Favorit? Der Kackahaufen. Dann dieses Emoji bitte einmal nachmachen. Einfach ganz lange hässlich sein in der Kamera bei 1Live im Fragenhagel. Danke, Laura. Gerne.